hallo und herzlich willkommen heute nur ein kleines ankündigungsvideo liebe leute ja und zwar was gibt es und zwar einen 12 stunden stream freunde nur für euch viel nicht alles aber das meiste werde ich mit euch machen mit der community 12 stunden lang abgehen wann passiert das ganze am 19 das ist der freitag in ungefähr der woche 19 mai und da geht es um 14 uhr los sehr früh und er wird bis 2 uhr gehen richtig schöner community stream ich werde natürlich noch ein paar sachen einfallen lassen aber ihr kennt mich alles ist spontan wenn man irgendeinen scheiß ich will da nichts irgendwie keine ahnung irgendwas besonderes machen soll ich will irgendwas machen wo jeder mitmachen kann einfach nur scheiße machen mit euch die zeit genießen ihr fragt euch vielleicht warum mache ich das jetzt das ganze ich habe für mein pc upgrade gebraucht bzw ich krieg es erst noch ich weiß nicht mal was auf jeden fall hat mir mein computer von sie gesagt das sind ungefähr 100 euro ich habe das als stream spendet sie gemacht und habe gesagt wenn ich das ganze erreichen sollte dann werde ich auch in zwölf stunden stream noch machen zusätzlich zu dem dass ich natürlich toll finde dass sie mich unterstützt und ja an den tag an dem ich dieses video so was habe ich noch nie erlebt an dem da habe ich gerade das ding aktualisiert streamt und ihr habt mir einfach an einem tag die vollen 100 euro finanziert das ist verrückt viel das ist sowas gab es noch gar nie bei mir auf dem kanal sowas wird es wahrscheinlich auch lange nicht mehr geben aber es war mega nice da geht es gar nicht um das geld sondern es geht eigentlich um den support und ich bin natürlich freue ich mich mega über die kohle ich freue mich einfach über all euren support wie krasse abgeht wie ja unglaublich wir vorankommen und vor allem ihr dürft ihr nicht vergessen youtube ist ein hobby von mir und es wächst immer weiter es macht immer mehr laune und ich versuche immer so viel wie möglich zurückzugeben mit verlosungen und so und natürlich so viel wie möglich zu verbessern neues mikrofon neue tastatur dann wieder eine neue grafikkarte und hier und dieses ganze zeug ja das ist einfach irgendwo im raum und ihr kommt her als community und spendet mir und helft mir dabei mein traum zu erfüllen ja so gut wie möglich zu werden in youtube und so viel wie möglich mit euch zu machen und das finde ich einfach mega nice ich konnte mir das nie vorstellen ja keine ahnung ich normalerweise richtig aus wenn ich fünf euro krieg freue ich mich mega das euch krank und und dann so viel geld auf einmal und allgemein die unterstützung auf einmal ihr wart schon immer krass seit die community gibt leute ist es einfach nur hype es macht nur spaß es geht nur ums spiel gern nur gute laune in den streams und so und seit ein paar tagen hat das ganze sofort aufgenommen und ich bin echt so glücklich dass ich da euch mit dabei habe ich finde es cool dass ich ganz oft die gleichen gesichter sehe immer mal wieder natürlich neue die dann auch tatsächlich dabei bleiben und so und sowas erstarrt mich immer wieder und es macht einfach extrem große laune dass wir als sage ich mal kleiner kanal so viel spaß miteinander haben und deswegen freue ich mich auch schon riesig auf den zwölf stunden stream ich hoffe dass ein paar von euch dabei dass wir gemütlich tönen können bitte erwartet keine großen rates und so ich habe keine große zeit jetzt gehabt da was vorzubereiten aber ich will einfach nur scheiße bauen mit euch und irgendeine gülle machen nehmen so viel wie ich kann immer mit und dann können wir die zwölf stunden einfach gemeinsam rocken ich werde natürlich vielleicht auch ein bisschen solo content oder einzelnen content reinbringen schauen wir mal wie das ganze wird aber ja ich bin einfach richtig richtig hype ich bin einfach glücklich das wollte ich euch noch mal sagen ich weiß das hat nichts mit ww jetzt direkt zu tun der stream natürlich schon aber ich bin einfach glücklich das hätte ich mir nicht träumen können wie das gerade so läuft ja dankeschön für alles leute vielen dank tschau